hallo leute heute wird montiert heute montiere ich mit euch die bauteile die in den letzten beiden teilen abgebunden habe wer die letzten beiden teile noch nicht gesehen haben sollte die verlinke ich euch unten in der video beschreibung geht ja um eine terrassenüberdachung da müssen wir ein bisschen was austauschen und neu machen und da nehme ich euch heute mit so leute jetzt sind wir hier angekommen und müssen erstmal komplett die fette wo ist mein zeiger da die fette und die ganzen pfosten bauen wir erstmal alle zurück das sind die alten sachen und die ersetzen wir dann komplett durch neue hier das muss alles raus hier du zu mir what i've seen in the movies but this really happening my mind explodes i can feel my bones shaking to the beat of my bleeding heart un overload don't know how this goes but i'm pretty sure you just made my world stop i can't believe my eyes when i get close to you close to you close to you close to you so pretty i could die i can't be close to you close to you close to you close to you so die hälfte ist jetzt ausgebaut die andere hälfte lassen wir mal noch stehen jetzt bauen wir das hier erstmal neu ein also hier die ganze fette immer lang neu dann war hier noch eine querfette hochneu und die pfosten dazu so das müsste jetzt die fette hier vorne sein die ist ein bisschen kürzer wie die andere da haben wir erstmal was zum üben aber die kommt jetzt darin und erkennt ihr ja schon das sind die pfosten die sind jetzt gestrichen und da haben wir noch den stapel mit die kopfbänder ok okay let you go but have you really gone time moves slow what are we waiting on i keep your blood on my shelf let it run i worship the ground you're on now that you're gone and we falling out i can't stop thinking you're all i go on about i try these are the colors they come this this my Und I go, I know that I'm falling higher. And I go, I know that I'm falling higher. I let you know what you have always know. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020